Hallo und herzlich willkommen zu einer weitere Runde Crazy PvP und heute sind wir mal zu viert mit einem Zuschauer oder halt auch so und es geht auch schon direkt los, weil irgendjemand den Button gesmasht hat und wir sind natürlich wieder alle heiß aufs Kloppen, wie ihr gesehen habt und oh shit, gleich schon mal hier ein Battle voraus. Okay, jetzt glaube ich gönne mir doch mal lieber erst Enderperlen. Okay, keine stört mich gerade, das finde ich nicht schlecht. So, 16 Stück wären dann wieder genug. Oh man, so. Wurf ist natürlich auch hier mit meinem Chat und er ist der einzige, der hier nicht in Skype verfügbar ist, sag ich mal. Boah, ich hab's geschafft, geil. Oh, das war schlecht. Oh! Nein! Hahaha! Achso. Du musst, äh, du wirst jetzt übrigens nicht mehr hochteleportiert, sondern musst, oh shit. Nein. Du musst jetzt hier nur noch die, du musst hier quasi so ein kleines Jump'n'Run lösen. Über Jump Boots. Äh, Jump, boah, Jump Boosts natürlich, nicht Jump Boots. Jump Boots kommt vielleicht auch noch. Das wird lustig, wenn man dann irgendwie so zwei Black Geräusche spricht. Jo. Da kommst du ja nur noch durcheinander hier. So, trotz allem werde ich mir jetzt erstmal ein paar Federsachen gönnen. Ja, äh, der Neue kennt übrigens, der hört mich ganz so gut wie wir. Und was? Tim, bist du Himmel hoch unterwegs? Ach du Scheiße. Boah, ein halbes Leben. Das ist natürlich nicht so geil. Okay. Boah, Alter. Ja, wie ihr seht, die Map wurde auch ein bisschen weiter gebaut. Und alle sind jetzt grad voll konzentriert und können einfach kein Wort mehr reden. Muss er. Ich muss töten. Töten. Items, Items. Töten, Items, Items töten. Töten. So, ich glaub ich hol mir da nochmal den Knockback 4 bauen. Irgendwann mal so. Na, Zukunft. Oh, jetzt ist er gestorben. Das tut mir natürlich sehr leid. Na. Nein, natürlich. Tut's mir leid. Aber es tut mir auch wieder nicht leid, weil ich wie er das... Also sterben, ne? Tim. Na, ich will, dass du stirbst. Boah, Junge, hast mir jetzt Angst gemacht, ey. Ich hoffe, du bist hinter mir. Ja, ne, gerade nicht. Aber wobei das echt lustig gewesen wäre, wenn ich... Ja, weil ich... Ich hab mir grad mich ganz oben Pfeile geholt. Und da kann man so... Das wär nicht ganz so praktisch gewesen. Ist schon echt ne, äh... Schwierige... Oh, fuck! Boah, hat der mich gekriegt! Boah, ja, Junge, dieser Punch-2-Bogen, der ist so krass! Wenn man in dem Moment hochspringt, dann, äh... Oh! Ist einfach alles verloren. Ich hab keinen Appell, Mann. Hier bin einfach in die Arena geschossen. Ich geb dir ein paar Pfeile. Okay, jetzt bin ich beim Second Spawn. Schade. Wie komm ich jetzt hier wieder so schnell hoch? Wie komm ich jetzt hier wieder so schnell hoch? Wieso springt der eigentlich immer ins Wasser? Vielleicht, ähm, hast du ihm gesagt, dass man nicht stimmt? Ja, 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 hab ich gesagt. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich spiele das sind Sachen. Das erste Mal weiß man das ja auch. Wobei, gut, man wundert sich vielleicht einfach nur. Ah. Und flieg, flieg ein Horn! Oh! Was? Flieg und flieg ein Horn? Ja, er war da grad so am geilsten Spot 3000. Ja! Hi! Bin getötet. Hi, wuff wuff! Was war das denn jetzt? Was war das denn? Was war das denn? Fuck! Shit! Nein! Ja! Ich hab's übernimmt! Es gibt dann so einen richtig geilen Enderpan-Trick und den muss man einfach anwenden, der Situation. Alter! Das war so ein richtig krasses Battle. Oh, shit! Nein! Oh, Assi! Wie will meine, wie will meine auffangen? Ah! Ich hab's übernimmt! Geil! Oh, shit! Oh, Tim, wenn du mich jetzt triffst! Oh, fang mal das knapp! Ich muss hier sofort weg! Okay, dieser Punch-Bogen hier ist so krass! Wie der auch rückkaut, oder? Es ist ein Punch-10-Bogen und ich hab das noch nicht geändert. Ist eigentlich nur Punch-2, oder? Ist Punch-3. Okay. Weil es ist... Dieser Rückklaug ist so krass! Ey! Sabotage! Nein! Alter! Diese scheiß Boost-Platten! Die regen voll auf! Ich klatsch da mal unten! Geh! Das ist nicht so einfach gehen! Vor allem, wenn du von hinten kätzt, Bias! Ich schaff's auch nicht! Alter, mach das mit den Boost-Jumps weg! Oder mach das mit mehreren Etagen! Da kommen noch mehrere Etagen! Nein! Nein! Haha! Ufff! Wie viel Leben habt ihr denn überhaupt noch? Alter! Pfff! Alter, das ist... Puh! Anspannung! Vielleicht komm ich jetzt einmal bis dahin, wo ich die ganze Zeit schon seit einer halben Stunde hinwollte. Ich hab so viele Enderperren verbraucht! Ja! Haha! Nein! Oh ne! Ja! Ja! Du st... Nein! 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 Oh Mann! Oh ne! Warum wurde ich teleportiert? Ich spaktiere mal! So wen krieg ich denn jetzt hier? Oh, er ist auch schon tot! Ja! Wieso bin ich nicht mehr auf dem Scoreboard? Ich weiß es nicht, aber ich bin jetzt in dir drin! Tim! Oh! Ey! Nein! Oh Mann! Ey, ich wohne teleportiert! Perfekt! Ja gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen! Es war eine sehr lustige Runde! Und natürlich hat Roman der PvP Pro wieder gewonnen! Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer nächsten Runde! Die Whoop! Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im Gericht! Und wir sehen uns dann im Graf so! Wir sehen uns dann im Graf so! Und wir sehen uns dann wieder! Wir sehen uns in derquaige Woche! Okay, wir sehen uns dann im Graf so! Und wir sehen uns dann die Runde! Und wir sehen uns dann ein paar ab. Vielen Dank.